Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass ihr das habt. Ich bin sogar Slyb. Wir machen jetzt 15 Minuten Quickie. 5 Minuten weniger als sonst, aber ich bin sonst Zeitprobleme und so, also, komm, schieben wir schnell in 15 Minuten noch nach. Das klingeln wir nicht. Weil spielen wir es doch durch in 15 Minuten, wer weiß. Bitte, vergiss einfach alles, was ihr da unten gehört habt. Ich weiß nicht, ob das eine Testchamber sein soll. Wenn es ist, dann hat unser Schamber-Budget offiziell eine neue Höhe. Ich weiß nicht, ob das ein Schamber-Budget offiziell ist. Ich habe einen Schamber-Budget offiziell. Wir haben einen Schamber-Budget in den Schamber-Budget. Ich habe einen Schamber-Budget. Nummer 10 noch, ich hab keine Ahnung was ich hier tue Nummer 10 noch, ich hab keine Ahnung, 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 ich hab keine Okay, es ist anscheinend so gewollt, dass es diesen Winkel hat. Warum auch über. Was ist das? Was ist das? Das kann jetzt gerade ein bisschen lästig sein, aber ich muss hier gerade mal eine Runde... ...weißer als weiß machen. Ich behaupte, ich bin richtig, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin das super. Ich mache jetzt eine ganze Reihe weiß. Ich muss ja irgendwie anscheinend darüber kommen. Und ich habe nicht viel Möglichkeit, also anscheinend nachher hier irgendwie... ...die Fläche zu nutzen. Oh, das sieht gut aus. Vielleicht brauche ich das noch. Erstmal weiß machen. Kann ja erstmal nicht schaden. Hm. Hm. I don't know Ich würde sagen, die Fläche wird jetzt ordentlich weiß. Wenn ich mich jetzt auf eins verlassen kann, dann das. Ich kann mich jetzt auf eins verlassen. Hmm. Okay, ich muss irgendwie weiße Fläche erzeugen. Ah, endlich weiße Fläche. Erstmal großräumig. Was mach ich denn großräumig? Ich muss glaube ich jetzt hier einfach nur... So, da haben wir den Würfel. Schau, schon mal etwas. Das fühle ich gerade. Ah, schade. Komm ich hier rum aber an? Ich gehe erstmal rein und schaue mir das an. Aha. Ist egal. Der sitzt erstmal. Ich will da ja nur hoch. Erstmal wollen wir ja nur hoch. Ja. Das stimmt. Ich schade. So. Eigentlich müsste ich genug beflecken hier am Rand, dass ich da irgendwie einen Weg kriege. Interessant. Ja, komm. Ah. Man muss sich das nur selber befrachten. Ciao. Ah, okay. Das ist natürlich gemein hier. Weil hier die Rohrleitung da selber am Weg steht, ne? Brauche ich da eigentlich jetzt mehr aus dem Winkel? Eigentlich ist das jetzt der Call. Das kann ich nicht machen. Ich muss momentan erst mal hoch. Hm. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, er schaut in die falsche Richtung. Oh, das ist kompliziert. Okay. Von da unten sehe ich niemals hier oben den, oder? Falls ja, wäre nice. Ich würde das jetzt gerade austesten. Vielleicht nehme ich mir die 5 Minuten doch noch. Nee. Never ever. Zwar ein nicer Gedankengang, aber der scheitert. Fanny, sogar bis da oben hin habe ich gespritzt. Hm. Okay. Hm. Okay. Okay. Alright. Hm. Ich muss anscheinend irgendwie hier hin. Ich hab halt keinen schrägen Winkel. Und das ist mein Problem. Ich brauch diesen schrägen Winkel. Ich will aber erstmal gerade was schauen. Okay, let's see. Da wird noch irgendwas sein. Okay, eins nach dem anderen. Ich würde gerne diesen anderen Strahleimer sehen. Ich hab Brot jetzt hier. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Guck mal, das wollen wir doch. Und hier ist das, was ich wollte. Und ich bin drauf und müsste das die Lösung sein, richtig? Okay, cool. Also die Folgen hat es ja doch 20 Minuten gehabt. Guck mal, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hat doch wunderbar gepasst. Soll mal einer sagen, ich halte mich jetzt ein. Ja. Na ja, gut. War eine coole Folge. Mal schauen. Wenn es vielleicht Text weitergeht, dann nehme ich nochmal drauf. Also warten wir gerade den Fahrstuhl ab. Okay, cool. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.